Bei mir hing das auf einmal ein. 32, ich geh doch voll klar. Moin, Daisy hier am Start, ja. Boah. Mal gucken, ne, was das wird. Also, ja, ja. Also grad schon einen gekillt, ja. Und einen verschont, da vorne steht ein Zombie. Einen netten Kollegen haben wir einfach mal geholfen, ja. Zwei Zombies plattgemacht für den und dann weiterziehen lassen. Mensch sind wie sozial. Ja, vorher natürlich erstmal schon den einen weggenden Natz, ey. Bam. Gesehen, wie das geht. Wir haben eigentlich so viel Muni, ne. Obwohl, wir bräuchten mal wieder Muni. Wir müssten... Aber wir wollen ja eh sterben, von daher. Tötet uns. Was sagst du gleich einfach zum Airfield? Airstrip. Airstrip? Kann auch gleich einen Striptease hinlegen, ey. Naja. Naja. Eingekillt. Eingverschont. Ja, bisher gute, gute, äh... Gute Bilanz. Ja. Der erste hat halt auch nicht kooperiert, ne. Ja. Nicht kooperiert, dann... Dann, äh... Kriegt man halt einen Schüss ab, ne. So ist das halt in Russland, ja. Ist das nicht Serbien gewesen oder sowas? Keine Ahnung. Oder Sibirien. Ist mir sowas von Latte, Alter. Ist die Sonne nicht so krass? Ja, Regen ist schön, ja. Ne, bei mir regnet gar nicht. Bei mir regnet. Richtig am Pissen hier. Richtig am Pissen. Kommt. Z-Zombie. Z-Zombie. Kein Z-Zombie. Aber dahin ist. Die Industrie. Schleuhe, alles kaputt, Lunge. Z-Zombie. 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 Blablabla Er hat direkt ne Kugel im Rücken Du bist auch gemein Du hättest den abgeknallt Hätt ich nicht gesagt ja komm lass den ziehen Ja Die bleiben wohl alle nicht stehen Also der ist da stehengeblieben Ja komm der war nett drauf Der ist vor Zombies weggerannt Hatte nichts ja Der hat auch nicht mal Feuerlöscher gehabt Oder sowas? Der hat ja keine 18 also darf er auch nicht leben Hahaha Du fucking nutter Da hab ich nicht so ne gute Idee um die Straße zu laufen oder? Haaa weichei Ja stimm mal vor da denken sich ja zwei Ach lass mal da unten die ganzen Loops killen Dann sehen sie uns Ja dann kennen wir die Kommt dann einfach mal MG Feuer rein ja Wenn MG leer ist dann lade ich nicht nach Dann wechsle ich direkt zu Schrotflinte ja Hahaha Will jetzt sehen wie du auf 200 Meter mit ner Schrotflinte schießen willst Nahkampf Hahaha So sinnlos Ja Boah das wäre geil wenn das gehen würde Huah Und rein zack Mitten in den Schädel So da hinten Wart Wart Wrennt sie da so Ja sorry Okay Dann ist ja Adrenalin ja He He Und die Infektion hat man bis jetzt nicht ne Ne ich hatte auch noch kein Ebola Ja Welche Vitaminen oder Ja so Inection Weil ihr habt hier oder ne Hm Keine Ahnung Keine Ahnung ob wir das jetzt schon brauchen Ob das überhaupt schon möglich ist Oh jetzt ist die offen Ah Einfach mal nen Warnschuss abgeben Und? He Komm raus Junge Mach dich fertig Junge Oh hier ist ein Brunnen Kann ja erstmal wieder saufen Chup 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 Drink the water Hast du auch water gedrinkt? Ist aber echt krass ne So viele Leute auf dem Server und Trotzdem hier bisher nur zwei Leute gefunden Jetzt hörst du Zombie Boah Ich hab grad gedacht Was ist der für von Mongoren? Ja klar Ich hab grad gedacht was ist der für von Mongoren Ja klar Wie ist der Doktor Wenn man schon schoss das kann sie nicht nachladen Auch das steht der Neues voll Ja musste die ganze Muni rausziehen die Muni nachlau und dann wieder reinpornen Total dumm Hä Fuckin nutter Komm mal hier rein Oh was ist denn da? Das Statt 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 Mach die verdammte Tür auf Mach die verdammte Tür auf Mach die verdammte Tür auf Maul Maul Hehehe Wenn hier keiner isst Na ja Ja wollte ichs dann Weiss nicht Kill ich mich selber Ich hole meine Knarre schon mal raus Gute Idee Gute Idee Hier schon Aber das ist doch die Stadt wo ich meinen allerersten Typen killed hatte War das nicht irgendwie oben oder so? Oder war das noch weiter nördlich? War irgendwie so ähnlich wie die Hochhäuser dahinten Hmhm Boah ich dachte da Ich dachte gerade da wär einer War aber nur der Briefkasten Hehehe Ja weil es rot war weisse Ist das so Oh Irgendwann Ja Ja Zombie Was? Na ja Pass auf ich komme um die Ecke Falls du da stieß Ok Doch nicht So Hallo? Na ich bin hier auf der Straße Ok Na Straße Na jetzt regnet es wieder bei mir Bei mir auch Bei mir auch Bei mir regnet die ganze Zeit alter Ganz viel Regen Da hinten steht wieder ein Zombie Boah ziehst du den weg? Lass ich einfach auf der Schiene weiter laufen Boah hat der den voll weg gezogen alde Oh die krasse Natur Ja Ey fuu krass die Natur ey Ich kann einfach so ein Zug vorbei Boah Ich kann einfach so ein Zug vorbei Boah Ich kann einfach so ein Zug vorbei Boah Wär schon cool Schnell ne Boah Ich kann ja auch Beschäftigung Zwei people clean ja Da Wir sind schon mal ein paar Deutsche drauf Kältefuchs David vielleicht Lukas Hagen Julian Oh ich hab ich hab äh Ein gelbes Tägchen Nein Das ist rot Steben bleiben wir wissen Ja direkt raus Bei mir rennt sie zwar noch weiter aber egal Weißt du wieder nach Bei mir rennt sie voll in den Wald rein Oh Gott Bist du raus? Ja sie ja Sofern sie noch nen neuen Server suchen Ja Boah Hier ist ein Server mit 63 Leuten Ja du hast auch nen Arsch offen alter Hier Germany Wo? 24 Stunden sieben Tage lang Tag 23 Leute 23 23 29 Ja pfff Ge drauf Ja scheiß drauf Machen wir Hey Freilich Das sind Fahrt dabei ja Boah F*** Wie viele Leute Ach 24 sind da nur drauf Passt doch Geht doch klar ja Ich bin jetzt Arsch der Welt Boah Bist du doch da der da steht? Wo? Hier hier ja Äh gut Ich hab Dsunken noch Lass mal hier irgendwo Peter Zwegert heißt einer Peter Zwegert heißt einer Das ist ja Killer alter Peter Zwegert Sonst Sonst Bringt auch nicht viel ne Einfach weiterlaufen Ja Hier ist aber schon mal ein Stück heller Mit dem Regen Mhm Aber Regen ist immer geil zur Tarnung noch wenn er zu düster ist So ein bisschen So ein bisschen Schließen würde ich meinen Boah so war gut Leute drauf ey Falls du stehst hat ein Defi bei Bei dir läuft ey Boah da steht die soll deine Brusten erst vorher rasieren Bevor ich das benutze Was? TF Einfach mit der Axt zu haben und die ganze Haut weg schlürfen Oh Boah Bin ich... Ne ich war keine Frau Oder? Ne 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 Irgendwann war ich mal nämlich ne Frau Oh Oh Wo anfangs Also wenn du da meine Brust rasieren muss dann ist irgendwas falsch gelaufen ey Lol Siehst du das hier? Was denn da? Naja Schiene ne? Ja guck dir die Schienen an Aber wenn du von oben guckst geht das eigentlich Engineering alter Jaja Dann ist Engineering Oh göttlich Das ist einfach Einfach so ein Mindfuck Dingens Ja Ich seh das Schiff schon Schiffi Schiff Hoffentlich ist da kein Schlafschutz da oben Ja und wenn dann sind wir tot mein Gott Nein Aber jetzt noch nicht Boah ich hab schon wieder nen gelben Ja Boah Schon wieder stehen bleiben Wollt die mich alle verarschen hier Direkt wieder raus? Oder abwarten? Ja sieh ja direkt wieder raus Bringt eh nix Entweder starten die grad Server neu oder versiefert Spielen sie an der Kämme rum ey Boah sieh soweit Boah 59 von 46 So mal draus? Ne das war eh Boah Oh Gott ey Krasser Scheiß ey Boah wie viele Server da noch kommen Hörf mal German ein Guck mal 29 Leute Könnt das gehen? Ja klar Ja Wohl warte mal Scheiß egal 29 Leute von 30 Würdest du glaub ich nicht drauf Ne Ne Aber wie viele Server ich grad hab Ist ja unglaublich Ich hab's einfach mal German eingegeben Na da Aschaffenburg Ne Hardcore Scheiße Ich hab hier nen Deutschen De 17 Leute drauf 13 Uhr Zack Ey Bist du drauf? Ja ja Guck ran hier Furze Schon nicht angezeigt Mieten im Feld eh Mir wird der Server von dir gar nicht angezeigt Mois Join me einfach hinter Bei Steam hinterher Nicht wieder hinten an der Gleisen Ja ich auch Hallo Hallo Ist wieder ein Megastück laufen alter Gott ey Ja Heute ist er jetzt auch nicht mehr Ja Ja und gleich wir kommen wirklich am Schiffsrag an Bumm Ja Karma Karma bitch Aber da können wir endlich scheiße bauen Ach war eigentlich jetzt auch schon Ja das ist noch nicht so wirklich scheiße bauen Später wenns Autos und so gibt Da können wir wirklich scheiße dann bauen Ja überfahren Wenn wir dann einmal tot waren weißt du Dann steigst du einfach und kannst du wieder schnell da hinkommen Wo der andere war Ja Wieder den roten Dingern Boah was ist denn los? Echt? Ja jetzt kurz noch Wollte ich schon sagen bei mir geht auch Aber wir haben eine Lesung von 4 Boah Boah Fertility Kann ich da Wasser hier saufen? Ja geil Trinken wir einfach mal Ja Trinkt sie dann zum Pisten Ja Weißt du 3 Meter weiter ist erstmal da Die See weißt du Kann ich... Kann ich Salzwasser trinken? Nein Schade So Leute foltern weißt du Schönen trinkter als Salzwasser Schade war keiner da zu sein ne Ja Da können sie Tümpel hier laufen Ey Ich hör schon gar nichts mehr wegen dem scheiß Regen Echt? Das Boot Das Boot das war immer gut ey Hier das Schiff Das Boot Das ist immer ein großes Boot Kleine Bötchen da Meinst du viel größer ey Hahahaha 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 So So ist der hier ein bisschen enger drinnen Shotgun Hier ist erstmal ne Hose oder so Mit nochm Weg Ja da hinten ne Käppi Lauf mal nach oben Hier schönes Knusperreis Mal essen hier Knusperreis ist immer geil Wir haben auch noch nie was gekocht in dem Spiel ne Einfach alles immer so roh gefuttert quasi ne Wir sind echt die Hams Ich hab hier einen Schultonister gefunden Warum spawnt auf so ein Schiff einen Schultonister Boah Boah jetzt fällt fast runtergefallen ey Creepy Haha Boah ich hab grad da oben steht einer war aber nur Rettungsring ey Boah Kam richtig der Creep hoch alter Do the Creep how Do the Creep how Ah man kann hier sogar ins Schiff rein Orange Raincoat hab ich hier ja Den Raincoat Kann ja noch höher gehen ey Boah Ja Freili Hier oben Katz bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter Ich seh gleich mich einfach Ich seh mich gleich einfach nur noch durchglitschen irgendwo Weil die Texturen vom Boden fehlen oder so Hehehe Beärgerlich ey Boah So Zombies hier oben auf dem Schiff wär übel Auf nen kleinen Raum hier Ja Zombie Pirates Boah Schreckensvorstellung ey Hab schon ein Zombie gehört Echt? Ja Steh mir vor so ein Zombie Pirat Alfa Auf jeden Fall so ein Gehört Guck 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 Ich hab immer so schiss ihn in die Treppe weg zu glitschen alter Guck Wo bist du? Guck WTF? Wo bin ich denn jetzt? Sie darf ich den ganzen Weg nochmal hoch ey Ich war in irgendein Frachtraum drinnen Ich finde immer so schlecht hier raus ey Ich wär nen Zombie die ganze Zeit Ja mach nen Blatt Uah Wie er das Ding mit gepult hatte oder so Ich hab mal ne Mütze gewechselt. Mützi. Boah, wie erschrocken jetzt ey. Wird nix los zu sein, ne? Nö. Ja. Ja, er fehlt, würde ich sagen. Nein. Warte. Keinen Bock zu sterben. Ach. Wurscht. Wir können auch hier kurz mal Päuschen machen oder so, keine Ahnung. Bisschen hinsetzen, Käffchen trinken. Wer weiß, ich hab geknallt. Wart, hier doch nichts zwischen diesen schönen Bäumchen. Ausschlag halten, ob da irgendeiner kommt. Hä? Nein, im Sumpf mal ein bisschen rumgucken. Ob da auch einer angelaufen kommt. Fragt sich mal nachher, für die Karte hier. Da, 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 da. Ah, für die Straße folgen. Gute ist, die Handschellen sind doch noch pristine. Mhm. Das heißt, die können sich nicht befreien. Ja. Ich brauch' ich mal ne neue Axt. Badly damaged. Ja, das ist mies. Egal. Stumpf gehält auch noch. Mal richtig stumpf. Komm überhaupt drin. Was ist denn jetzt hier? Ina. Ey. Biss dich. Wieso verschwendest du das jetzt? Kann ich mal mit meinem Back aufmachen, ey. Ich will hoffen, dass du jetzt ne Säge oder Schlüssel bei hast, ne? Ich hab' Schlüssel bei. Ja. Vielleicht passen die nicht. Keine Ahnung. Werd' ich, werd' ich nie verzeihen. Hab' ich sogar beides immer noch im Inventar. Na komm her. Nein. Haha. 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 Also du kannst Leuten auf jeden Fall im Laufen nicht fesseln. Haha. Haha. Das weiß ich jetzt schon. Haha. Wo läufst du lang, Digga? Weiß ich nicht, hier ist Wasser. Wir sind doch schon mal nicht lang. Wir müssen hier durch. Wohler? Ah, hier hoch. Wo bist du jetzt schon wieder? Oh, hier hin denn. Haha. 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 Na ja, viel sind. Boah. Leute. Boah. Haha. Ja, aber wer viel sind, müssen wir richtig schleichen. Oder so. jetzt wird der Sniper noch richtig nah ist, ey. Ja. Ich glaub beim nächsten Mal hol' ich auch die Sniper. Kannst du den Snipern? Ja, vielleicht mal dann sehen. nach. Na ja, hier ist die Straße. Hier steht im Wald rein. Ah, einfach hoch. Einfach hoch. Einfach hoch. Und. Blua. Meeing. Paddy. 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 Haha. Paddy. Paddy.